Die Zuflucht Seid selber, euch Schutz, selber Zuflucht, nicht andere seien eure Zuflucht. Und wie ist einer sich selber Schutz, sich selber Zuflucht? Er weilt beim Körper in genauer Betrachtung des Körpers, eifrig, besonnen, einsichtig, nachdem er das Elend weltlicher Gier überwunden hat. Er weilt bei den Empfindungen in genauer Betrachtung der Empfindungen. Er weilt beim Denken in genauer Betrachtung des Denkens. Er weilt bei den Zuständen in genauer Betrachtung der Zustände, eifrig, besonnen, einsichtig, nachdem er das Elend weltlicher Gier überwunden hat. So sucht ein Mönch stets in sich selber Stütze, in sich selber Zuflucht, nicht in anderen Zuflucht.